weiter der pc mal wieder abgestürzt ich weiß noch nicht warum und wieso er das macht aber wir werden es noch rocken und wenn wir auch fünf oder zehn mal aufnehmen müssen für eine folge bis ich das hingekriegt habe natürlich so so mal gehen wir bis wilden durch wir sehen zu dass wir diese kriegen nein das ist wenn man zu hastig ist und eilig ist jetzt mal schon mal ein erde drunter setzen laber erst mal ein bisschen beseitigen da ist wohl ein bisschen größere labaseenplatte drunter dann müssen wir erst mal ein bisschen mehr oder wir machen erst mal das geht ja auch so da war schon gesichert habt ihr den wasser einmal extra dafür mitgenommen so gesaved obsidien können wir auch später immer gebrauchen da machen wir auch mal was hin da nicht noch mal irgendwann was passiert so wollen wir mal gucken hier ist nicht viel los dann entlernen wir den mal erst mal ich glaube ich muss noch mal gucken ob das geht wenn man eine kiste da rein setzt dass der dann auch eine kiste selbst wenn er voll ist oder fertig ist na gut so nehmen wir mal ein paar rohstoffe irgendwo wieder eine höhle wo halt mietekatze und hexe und hast mich gesehen aber erst mal nehmen wir hier wieder das eisen schon mal mit dann haben wir schon mal wieder etwas an vorrat blei nehmen wir mit dann machen wir komplett leer an erzen weil was wir haben haben wir gut hier war nichts mehr hier war nichts mehr hier haben wir noch eisen auf und dies weg und das weg ja bis jetzt läuft es aber wir wollen den tag noch nicht vom abend loben man weiß das sprichwort ja auch mal schauen wir mal wie lange es aushält da ist wieder laber okay dann lassen wir das sein so aber ich gehe davon aus dass die lava da noch ist nein da ist keine lava aber da schnell weg so da haben wir ein bisschen koppel wieder hin gemacht hier waren wir letztens gestorben einmal da müssen wir oben nochmal das redstone wegnehmen aha hier ist also diese kleine höhle hier ist bestimmt die mietekatze na gut machen wir das aber sicherheitshalber mal wieder zu nicht dass da uns irgendwie nach einer überraschung kommt so so genau hier vorne ist wieder ein stückchen lava gleich nicht mehr und dann nehme ich auch das redstone mit und dann nehmen wir hier runter da ist nix aber hier haben wir wieder redstone ok wieder lava und gleich nicht mehr so ein schleim hören wir so langwierig aber es muss sein hier haben wir auch gleich noch lapis lazuli habe ich da rechts gesehen ich weiß auch noch nicht wofür wir es gebrauchen können aber das werden wir alles erfahren wo war es da wo war es lebst da wo war es lapis er wo war es lapis er Da nehmen wir das Maß Gold mit, auf jeden Fall. Das ist gut genommen. Auch auf jeden Fall mitnehmen. Sollte man ein bisschen Licht hier rein kriegen in die Bude. So ein bisschen entgegen der Lava. So, die ist für uns wichtig. Ein paar haben wir dann wieder. Ein paar sind aber immerhin als Nixe. Ich hätte gerade das Eisen nicht mitgenommen, aber irgendwie war das nur ein Bug. Für 10 ist das auch selten, muss ich dabei sagen. Und dahinter ist dann wieder Geil Gold. Okay, auch noch einer gewesen. Aber dafür umso mehr Kohle. So. Ja, ich versuche mal einfach, das versuche. Jeden Tag versuche ich ein Video hochzuladen. Wenn mein PC nicht möchte, dann kann ich es leider nicht tun. Und da ich auch noch Wart leben habe, ist das auch immer noch so eine Frage und Sache, das zu schaffen. Das lasse ich erstmal hier. Also nehme ich wieder mit. Das ist ein Video hochzuladen. Das ist ein Video hochzuladen. Wir sind dort gekommen. Wir müssen jetzt mal hier wieder runter. Hier haben wir noch einen Gang. Wasser durchzogener. Aber hier haben wir noch ein Video hochzuladen. In diesem Video hochzuladen. Wir sind da hin. Das ist das auch. Die Gefahrenquelle machen wir erstmal wieder zu. damit wir auch wieder eine Spitzhacke machen können Die ist ja auch bald schon weg So, dann holen wir uns gleich mit der Diaspitzhacke noch ein bisschen Obsidian Dann können wir in die Hölle gehen, wir brauchen hier auch noch ein bisschen Clostone Von den ersten zwei Parts her Aber hier haben wir noch gute Kohle Ach Kohle sag ich schon, Gold meine ich natürlich So, eins, zwei Da hoch, verkehrte Seite Und da oben sehen meine Augen wieder Rubinen Und schon ist die Spitzhacke weg Aber das macht nichts, wir haben ja noch eine Ähm, wir müssen hier zurück Nach hier unten Jetzt gucken wir mal auf der linken Seite Redstone nehmen wir mit Da brauchen wir einiges Machen wir mal hier wieder zu Nein, 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 nein Hallo, Wasser Zack Auf dem letzten Schleif Müssen wir ein bisschen üben Dass ich das noch ein bisschen besser hin kriege So, ein paar Himbeeren futtern, damit ich ein bisschen Nahrung kriege Ja, das ist zwar nicht viel Ich gehe ein hoch Um da zu gucken, ob ich das kriege Ja Alles klar, da kommt wieder Kohle Lava Das lassen wir davon sein Jetzt nehmen wir die Tringer von Was haben wir hier mit Das ist zwar nicht viel Lava Ach, das ist da, wo ich vorhin auch schon zugemacht habe Das ist gut Dann sind wir jetzt wieder Doch da war das. Achso hier, der Aufgang ging hier hoch. So war es, genau. Wollen wir mal wieder hochgehen. Die Treppe weiterbasteln. Nach Hause gehen und erst mal was essen. Das ist wichtig. Nein, aber wir können erst mal füllen, schon mal ein paar Stufen machen und den auch noch. So, die lasse ich aber so da drinnen, kann jederzeit nicht bedienen. Hier nehmen wir noch ein paar Bärchen weg und dann gucken wir mal gleich. So, das haben wir schon mal wieder ein bisschen. Das können wir schon mal wieder essen. So, es reicht jetzt noch nicht ganz zum wieder Wacken. Schau mal, was wir noch so haben. Haben wir noch was zum Essen hier. Nix hier. Hier. No. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick nix. Hab da noch so einen schönen Eimer. Dann gehen wir mal auf Nahrungssuche. Gucken wir mal. Irgendwo waren noch da hinten Schweine. Genau. Da ist schon eins. Ne, nicht weglaufen. Weg. Bist mein. Mein bist du. Auch meins. Jawohl, weg Stück. Das reicht aber noch lange nicht. Blaubeeren mit. Mal eben hier schnell abflücken. Schaf. Da kann man immer noch mal Wolle raus machen. Ach da ist noch Schweine. Ich hab's doch fast nicht gesehen. Hallo, hier bleiben. So. Da. Da. Null. Und weg. So. Jetzt werden wir erst mal. Und dann die Rohstoffe die verwerten wir und verwursten wir. Mal. Und dann machen wir mal Folgen. Denk ich mal wieder. So. Schon mal hier rein. Damit der schon mehr Strom produziert. Da machen wir. Ne, so geht das nicht. So. Nach dem Aluminium Tast kommt dann unser Fleisch. Und hier machen wir allgemein auch hier unsere Rohstoffe rein. Die Diamanten, Lapislazuli, Redstone Pulver machen wir schon mal auf Crafting Bank. Da das sowieso recht viel wird, können sie immer wieder uns zurück verwandeln. Da sind nochmal sieben. Dann haben wir noch drei hier oben. Dann haben wir genau 20 Blöcke. Aber ich seh grad hier haben wir nochmal. Redstone. Drei Blöcke mehr. So. Und einen einzelnen haben wir hier auch noch Redstone drin. Ach ja, da haben wir auch noch was. Lapislazuli, Saphir, Das, Erze, Erze, Pulverisiertes Eisen. Das ist ganz wichtig. Dass das nachher hier wieder rein kommt. Wo ist es? Da. Das da rein. Das, das da rein. Hier müssen wir noch ein bisschen unser Redstone verkraften. So. Eins, zwei, drei Rest. Ja, das macht nichts. So, drei jetzt bleiben zurück. Das da rein, das da rein. Äh, das rein, das rein, das rein, das rein, das rein. Und ähm, dann war's. Packen wir das mal rein, das noch rein. Warte mal, nochmal 42 Redstone. So, da habe ich das eben übersehen. Ja, vor lauter Aufregung bestimmt. Und neun, das passt dann zu. Ja. Auch dabei haben wir schon 42 Redstone-Blöcke. Das ist ja schon mal enorm, sag ich dazu. Ähm, so. Der kommt da rein. So, der kommt da rein. Das Futter. Die Blumen können rüber. Gut. So, da haben wir noch Kies, was wir wegmachen müssen. Ähm, und hier haben wir noch was wichtiges. Flints können wir mitnehmen. Ähm, ja. Da rein. Mit der Energie aus. Packen wir die anderen 20 auch noch da rein. Alles gut. So, die Flints essen wir jetzt erstmal. Dann können wir auch Folgenpäuschen machen. Und bis dahin. Und ciao. Bis dann.